Wir sprechen heute mit dem Ökonom Matthias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz, vor der Professor Binswanger ausdrücklich warnt, denn sie würde seiner Meinung nach der Menschheit eine nie dagewesene Bürokratie bescheren. Untertitelung des ZDF, 2020